Tja, da wollte ich weitermachen. Da ruft die Weasley mich an und meinte, ich muss Verwandlungen lernen. Na, super. Ähm... Die Frage ist, was mache ich jetzt als erstes? So, erst mal mein Inventar angucken. So, jetzt habe ich ein Drachenei hier. Ich habe noch ein paar Talentpunkte. Haupttalente. Ja, ist halt die Frage, ne? Stupor-Treffer verursachen direkten Schaden. Ich habe keine Ahnung. Ah, schleichen ist vielleicht nicht schlecht. Gegner können die schlechte entdecken. Du kannst sprinten, während du Desilinierung einsetzt. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. So, Galix-Aufgabe. Ja, das ist... Zeitgleich. Schwierig. Ja, das ist alles so... Pflege und Füttere das Testral-Junges. Oh. Ähm... Warte mal. Ich muss den Auftrag... Warum wir den Auftrag verfolgen? Wir versuchen aber das Testral-Junge trotzdem zu. So, Raum der Wünsche. Ja. 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 Neun sechzig. Sechsenzwanzig, siebenzwanzig. Den trage ich. Verteidigung und Offensive. Ja, das sind halt Verteidigungsdresse, ne? Wollmantel. Warte mal. 74 Verteidigungen. Aber hier gibt's noch ein bisschen Offensive, ne? War vielleicht Quatsch. So, ich würde tatsächlich gern nochmal... meine Sachen abernten. Wenn schon, denn schon. Gegenstand ist voll. Unsichtbarkeitstränke habe ich genug. So, was haben wir denn hier? Fokus-Trank. Okay. Okay. Nehme ich doch gleich mal mit. Ja, hier habe ich ein paar gebraucht. So, das läuft auch alles ganz gut hier. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal das Drive... Hey, generell mal... Die Tierpflege. Okay. Na, kommt her. Na, kommt her. So, erstmal alle füttern. Ja, der hat alles interessant. So, ich kriege jetzt noch ein bisschen Liebe ab. Und dann sollten die doch auch... So, dem geht's gut. Der braucht noch ein bisschen Feldpflege. So, dieser komische Vogel hier. Oh, komm schon. Der braucht was zu essen. Und der braucht Liebe. So. Nehme ich mal mit. Der hat alles. Hat auch alles. Oh, das ist ja gut. Na ja, gucken wir mal. Ich glaube, das ist echt ein bisschen extrem hier. Vor allem, da die halt alle so wild umher wedeln. Ich glaube, die müssten hier sein, ne? Ah, nee. Hier war ja Weissschwinge. Wolkenschwinge, Entschuldigung. Hier gibt's was für Futtern. Ja, da freut er sich, ne? Wenn er Bauch gekrault kriegt. Danke für die Feder. Ja. Was ist das? Ich weiß, was das ist. Mein Abendessen. Entschuldigung. Ja, fress dich mal schön satt. Ja. 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 Das stimmt, haben wir ja auch noch. Hier, komm. Brauch aber ein bisschen, bis das aufgebaut ist, ne? Alter, du Gierschlund. Oh, das wäre cool, wenn man das irgendwie automatisieren könnte. Ich laufe hier im Schlafanzug rum. Kann man mal machen. So, jetzt will ich aber mal meinen Nachwuchs angucken. Der ist hier, ne? Ja. Ja. Entschuldigung. Meine Güte. So, wo haben wir denn noch was? Ja, jetzt komm her. Und wo ist das Kalb? Ich weiß nicht, ob da die Bürste das Richtige ist. Was ist das für? Besteht der nur aus Haut und Knochen? Ist das schon am Verwesen gefühlt? Ne, hier steht, ich soll dieses Kalb füttern. Ja, was denn jetzt? Brut eines Testrals. Ah, ist das das Kalb? Na? Na? Das Fohlen des Todes. So, wo ist das? So, Deac. Wo ist denn mein Guter? So, wo ist das? Ja. So, wo ist das? So, wo ist das? Ich bin jetzt. So, wo ist das? So, wo ist das? So, wo ist das? So, wo ist das? Was zum Geier Ja, du hast doch gar nichts gemacht. Hinterfragen wir das mal nicht. So, wollen wir mal. Professor Weasleys Aufgabe. Unterhalb der verbotenen Abteilung. Okay. Ja komm, reisen wir mal da hin. Oh, hier. Warten wir mal. Oh. Das war jetzt nicht geplant. Ja. Ja. Oh mein Gott, ich als Schwester. Ich hätte ihn so ausgelacht. Ich hätte mich so beömmelt vor Lachen. Das glaubst du gar nicht. Das hättest du nicht geglaubt. Eine rote Rüben. Eine rote Rüben. Ui. So, erst mal ein Schlückchen trinken. Oh, komm schon. Hättest du jetzt ein Kinder-Maxi-King oder ein Kinder-Pink? Ah, weißt du was? Ich fress einfach beide. Okay. Okay. Theoretisch schon, aber. Also, ich hätte als Schwester gesagt. Ah. Na ja. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte das Grinsen so verkneifen. Seine Füße wurden in Rüben verwandelt. Und er ging erst ins Krankenhaus, als die Kaninchen ihm die Zehen abgefressen haben. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, aber im Abschluss bei, wenn ich mal leide sein sollte, erinnere ich dich dran. Finde die Familie... Oh wei, oh wei, oh wei. Ich komme doch einfach nicht zu der... Ja, wo ist denn jetzt die Familiengruft? Oh wei. Ist aber ein schöner Weg, der mir da hier um das Gebirge Straßenkröten versteckt. War ich da nicht schon? Das war eine gute Idee, beide zu pressen, oder es ist eine gute Idee. Kleiner Kinderpingui, der isst ja echt was für einen hohen Zahn. So, dann gucken wir mal. Ich nehme natürlich den offiziellen Weg. Weg mit den Fiecher. Können sagen, was ihr wollt. Ich mochte Kinder, was ich ging damals schon immer. Ich mache den jetzt auch noch. Wollt schon sagen. Warum muss ich da lang? Warum kann ich nicht einfach... Ah, eine Kuh. Das ist aber eine fette Kuh. Fuck. Hier liegt ein toter Drache. Ich glaube, hier war es schon. Ich glaube, hier war es schon. Ich habe keine Zeit für euch, Jungs und Mädels. Ich glaube, hier war es schon. Ich glaube, hier war es schon. Ich glaube, hier war es schon. Noch wer aufs Maul? Nein? Gut. Ich lasse mich aber echt immer schnell ablenken. Oh, da ist wieder was zu entdecken. Ich glaube, hier war es schon. 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 Immer. Ich glaube, hier war es schon. 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 immer so. Was zum Geier. Oh, komm schon. Gut. Aber wenn das nur da oben gewesen ist, dann muss doch da irgendwas auftauchen. Aber wenn das nur da oben gewesen ist, dann kannst du ja auch nicht nach oben oder nach unten gucken, um zu gucken, was denn hier jetzt gerade der Fall ist. Was macht denn hier jetzt kling, 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 kling? Hm. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Duell-Leistungen. Hier unten, oder was? Oh, komm schon. Obwohl da ist auch was zu entdecken. Um. Ja. Vielen Dank. 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 Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Ich verkaufe mal das grüne. Ich habe alles. Es hat sich gelohnt, dem Guten zu helfen. Das habe ich ja schon mal probiert. Das ist wieder irgendwie so ein Merlins Gedöns. Und da kommt her. Hat das jetzt geklappt. Kehre zu Professor Galik zurück. Da gehen wir doch gerne hin. Ich habe das Gefühl, wenn man sein Gehirn komplett kaputt gemacht hat, dann hört sich alles, was sie sagt, entweder verführerisch an oder leicht rassistisch. Zumindest in Schubladen, ich weiß zwar nicht, wenn ich weiß, wenn ich weiß, wenn man das so rüberkommt, da muss man natürlich schon wirklich explizit darauf abzielen, das rauszuhören. Aber so ein bisschen dafür, dass sie mit fünf Klässlern spricht, würde ich sagen, ähm, fragwürdig. Aber die ist knuffig, ich mag die, die ist süß, gefällt mir. Ich glaube, wenn ich die als meiner Schulzeit als Lehrerin gehabt hätte, ich wäre auch gerne zu ihren Unterricht gegangen. Das Fach wäre mir scheißegal gewesen. Das war bei meiner Kunstlehrerin so. Hast du gerade gemäht oder geröbst? Das hat sich gerade angehört, wie ich bei uns meinen... Das hat sich gerade angehört, wie ich bei uns... Was wollte ich sagen? Ja, bei meiner Kunstlehrerin war das aber auch so. Kunst hat mich jetzt nur halbwegs interessiert, aber ich fand die echt knuffig. Was aber eigentlich interessant war, weil die war... Das war die Frau Walter. Die war etwas jünger im Vergleich zu den anderen. Und, ähm... Ja, ein typisches Blondinchen halt. Und wenn da halt auf einer Schule bist, wo halt nicht so viele Mädchen drin sind, da geiert man halt auf das, was man kriegen kann. Nee, die war schon... War schon Ordnung, die war auch ganz nett. War aber halt auch anselig, um es vorsichtig auszudrücken. So, da oben haben wir noch so ein Teleskop, aber... Was haben wir denn hier? Ach, echt? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, machen wir. Ja, machen wir. Ich habe keine Ahnung, wie wir die Folge benennen sollen. Na dann. Was zum Geier! Ne, das kannst du vergessen. So, Drachenei-Effekte, sprich mit Poppy. Sprich mit Nettie vor der Wahrsager. Die Schlüssel. So. Auf dem Weg nach Orania City. So, bis zum nächsten Mal. Du lü.